Durchgekommen ist, dass wir dann Adedavo Obelay, der sich da durchgepumpt hat. So ist es. Wunderschön. Immer den Kopf auf den Quarterback behalten. Und dickeres Brett, was die Hamburger zu bohren haben. Play Clock läuft runter. In seinem zweiten Quarterback-Section. Andersen mit dem Field-Golf-Versuch. ...den Ball da nicht festhalten. Und da war es schon wieder, Adedavo. Und so schnell kann es gehen. Drei Spielzüge und plötzlich hat Berlin wieder das An...